Russland führt Referenten in besetzten Regionen durch. Die Scheinreferenten sollen den Anspruch auf ukrainische Gebiete bekräftigen. Die Referenten werden schon ab Freitag beginnen. Die russische Regierung lässt sich auch weiterhin nicht von ihrem Ziel abbringen, Teile der Ukraine in das russische Staatsgebiet zu integrieren. Konkret handelt es sich hierbei um die Regionen Schersen, Luhansk, Donetsk und Zaporu-Jesha. In diesen Gebieten haben auch nach der Gegenoffensive in einigen Orten nach wie vor russische Soldaten oder Separatisten die Vorherrschaft übernommen. Nach den Rückschlägen der vergangenen Woche und der angekündigten Teilmobilmachung russischer Männer zwischen 18 und 65 Jahren soll jetzt ein Referendum in den besetzten Gebieten durchgeführt werden. Dessen Ziel ist es anhand der Wahlergebnisse zu zeigen, dass sich auch die Bevölkerung in der Ukraine die Annexion durch Russland wünsche. Das Referendum wird international als russische Propaganda gewertet und abgetan. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte zuletzt in der Bevölkerung durch seine Entscheidungen an Rückhalt verloren. Speziell die Teilmobilisierung ziviler Menschen zu Soldaten hatte zu Protesten in mehreren russischen Großstädten geführt. Die Referenten werden daher weniger als Zeichen für die Verbündeten der Ukraine und mehr als ein Signal an das russische Volk betrachtet. Fällt das Ergebnis wie zu erwarten positiv aus, wird der Präsident dieses Ergebnis als Grundlage verwenden, um der Bevölkerung es nochmal zu signalisieren, dass er sich nicht im Unrecht befindet. Sich selbst als Held zu inszenieren, der die Ukraine vor dem Einfluss von Nazis schützen möchte, ist schon seit Beginn des Krieges fester Bestandteil der russischen Propaganda. Die Wahlergebnisse werden schon davor der ersten Stimmabgabe angezweifelt. Die Bevölkerung, die derzeit noch unter der Kontrolle des russischen Militär steht, hätte schon von Beginn an keine Chance auf eine faire Abstimmung in den Referenten. Schon sehr früh war daher das Wort von Scheinreferenten in den Medien zu finden. Es findet wenig eine Wahlkampagne statt, noch werden unabhängige Beobachter die Chance erhalten, sich über die Rechtmäßigkeit der Wahl eine Meinung zu bilden. Aus politischer Sicht wird sich durch das Abstimmungsergebnis daher wenig verändern und die zivilen und unausgebildeten Soldaten wohl ihren Weg an die Front antreten. Wir bleiben für Sie am Ball. Berlin Morgen. Vielen Dank, dass Sie reingeschaut haben. Bis zum nächsten Video von uns.